So Leute, jetzt geht's weiter. Tut mir leid, im letzten Part habe ich das Mikro ausgehabt. Tja, es ist halt leider vieles schiefgelaufen. Äh, Scharfschützen verloren und und und. Ja, ich musste hier oben wirklich stark dann agieren, weil es war nicht mehr anders da machbar. Ähm, muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob auch die Aufnahme läuft. Ja, läuft, okay. So, ähm, dann würde ich sagen, wir... Machine Gunner, reporting for duty. Die Frage ist, gehen wir hier nochmal mit hoch? Würde ich eigentlich sagen, ja. Das ist schon mal gut, wir kriegen Panzer anhalten. Ähm, Frage ist, ob ich den Panzer holen soll. Wir können da noch ein bisschen am Rätseln, könnte man vielleicht machen. Ähm, was wollen wir machen ist folgendes. Schicken wir mal unsere Infanterie-Truppe da hinten hin. Infanterie, auf der Move! Hat ein mittlerer Panzer, wäre nicht schlecht. Der ist eh schwer. Ja, komm. Ready for battle. Moving. Wir schicken dann gleich unseren, ähm... Machine Gunner, oiled and ready. Infanterie, auf der Move! Got it! Hier habe ich ja schon geräumt. Was hier schon mal mir zum... Infanterie, auf der Move! Yes! Was wir ja auch hier machen könnten, ist halt auch hier die Panzer auch abfangen. Infanterie, auf der Move! Wird auch am Überlegen. Hurry up! Any orders, sir? Antide-Tank moving. Reporten for duty. Yes, sir. So, fangen wir an. Wir legen los. Also, als erstes. Shoot them! Kill them! Fire the target! Fire the target! Hasta a unit! One more, ice the dust! Moving. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich solltet's... Ja, das hier machen. Shoot them! Fire! Kill them! Fire! Yes, sir. Maschine, seid ihr denn gerade alle total bescheuert? Und Hirn verbrannt? Puh. So, können wir jetzt endlich das mit den Minen machen. Shoot them! Fire at the target! Fire! Attack! Ah, Idiot! Ich seh's grad. Hostile unit spotted. Maschine gun oiled and ready. Ne, ich kann gar keine Minen legen, seh ich gerade. Maschine gun oiled and ready. Wann kann ich keine Minen legen? What? So, denn das jetzt? Wann kann ich keine Minen legen? Reporten for duty. Maschine gun oiled and ready. Doch, ich kann Minen legen. Maschine gunner. Reporten for duty. Erstmal ganz kurz. Hier. Bleibt doch mal stehen. Meine Früchte jetzt. Krieg ich aber hier langsam Aggressionen. Infantrie on the move. Any orders, sir? Ready, sir? Reporting for duty. Infantrie moving. Hab jetzt paar Granaten verbollert, aber was war die Scheiße? Orders? Infantrie ready? So. Wir gucken mal erst. Infantrie reporting for duty. Infantry reporting for duty. Infantry ready? Yes? Ready for battle. Ready for battle. Any orders, sir? Any orders, sir? Orders? Infantry moving? Shoot them! Infantry moving? Any orders, sir? Hostile units? Reporting for duty. Infantry ready? Yes? Infantry moving? Hilft ihr? Infantry ready? Infantry reporting for duty. Reporting for duty. Yes, sir. Jetzt ist euer Problem. Infantry moving? Infantry reporting for duty. Okay, da ist nichts mehr. Infantry moving? Infantry reporting for duty. Ich sollte jetzt hier eine Miene legen. Yes, sir. Dann verpiss dich, wenn du das hier blockierst. Yes? Infantry moving? Gleiche du. Moving? Any orders, sir? Yes? Infantry moving? Die zwei auch weg. Infantry moving? Infantry reporting for duty. Gut, dann ihr zwei jetzt bitte. Ready for battle. Warum legen die jetzt keine Miene? Ready for battle. Any orders, sir? Infantry ready? Der ist dumm. Infantry moving? Ready for battle. Ich hab hier noch sechs Minen und er leg's hier einfach nicht. Infantry moving? Ready for battle. Waiting orders. Reporting for duty. Ready for battle. Infantry reporting for duty. Hab ja echt schon viel Dummheit gesehen, aber jetzt reicht's aber langsam. Komm jetzt. Infantry ready? Yes, sir. Ready for battle. Eieieieiei. Machinen gun. Oiled and ready. Got it. Moving, sir. Infantry ready? Wir lassen das da oben jetzt. Uninteressant. Wir schicken jetzt die ganzen Drucke da erstmal hoch. Ready, sir? Confirmative. Yes? Yes, sir. Gun ready. Ne, bringt nix raus. Infantry reporting for duty. Infantry reporting for duty. Ready for battle. Komm schon! Ja, Herr. Orte? Relocating the gun. Relocating the gun. Ready, Herr. Komm schon. Kommen wir das erstmal alles da hoch. Reporting for duty. Ja, Herr. Der Gegenangriff hier ist nicht mehr gekommen. Das waren wohl die Panzer, wo ich dann hier überrascht habe. Habe ich nix dagegen. Leidzock. Geh hin. Ammo, Fuel, Repair. Supplytruck ready. Gut. Wir warten jetzt halt auf die Panzer. Ja, also ich würde sagen, das ist ein guter Pferd. Da kriegen wir einige Blatt. Hoffe ich mal. Ja, aber es ist nicht immer noch Fuchs. Der Verlust meiner verdammten Schafschätze. Das regt mich immer noch tierisch auf. Infantrie, on the move. Bleibt erstmal hier. Wir warten auf die Panzer hier. Ready, Sir. Ready, Sir. Moving. Reporting for duty. Yes, Sir. So, ähm. Reparaturfahrzeug. Geh hin. Ja, volle Munition. Das ist besser als hier mit so einem halben. Obwohl, wenn es halt drauf angeht, kann ich den ja auch noch holen. Und dann hier. Sehr geil. Wunderbar. Yes? Also, wir hauen erstmal hier wirklich die Mauern weg. Got it. Vehicle ist operational. Infantrie, reporting for duty. Banadiere. Oh Gott, noch ein paar Minimilägen. Infantrie, on the move. Reporting for duty. Any orders, Sir? Yes, Sir. Infantrie moving. Infantrie, on the move. Moving, Sir. Was wir auch machen. Hier wirklich die ganze Panzerarmee Komplett ausschalten. Infantrie, on the move. Oh, noch zwölf ist ja Hammer. haben wir es so. Haben wir es so? Haben wir noch? Ah, jetzt ist alles leer. Infantrie, reporting for duty. Okay. Zurück mit euch. Infantrie, on the move. Infantrie, on the move. So, dann. Vehicle is operational. Hurry up. Wir gehen wir erst mal Stück für Stück hier so lang. Yes. Hier, kommt hier hin. On the way. Für die Flanken ab. Hab ich denn, kann noch nichts. Yes. Waiting orders. Yes, Sir. Moving the gun. Moving the gun. Moving the gun. Richtig. Ready, Sir. Okay, ähm. Supply truck ready? Er hat noch Munition. Sehr schön. Ready, Sir. Kann er die ja hier hin? Infantrie, on the move. Jetzt sagen sie gar nicht hier hin. So, wir warten auf die Verstärkung hier. Enemy. One block, right to the glass. I need a medic. Yes, hurry up. Yes. Hurry up. Any orders, Sir? Ready to attack. Können die ja nicht da reinfallen, oder? Vehicle is operational. Wer ist im Panzer da reingefallen? Sieht fast so aus. Wir sind bereit, Sir. Vehicle is operational. Aim. Fire. Vehicle is operational. Fire. Any orders, Sir? Ready, Sir. Vehicle is operational. We're ready, Sir. We're ready, Sir. We're ready, Sir. Got it. Infantrie moving? Yes. Got it. Yes, Sir. Reporting for duty. Any orders, Sir? Got it. Okay. Yes, Sir. Hier wäre nichts mehr. Infantrie moving? Dann würde ich sagen... Vehicle is operational. Affirmative. Moving, Sir. Hurry up. On the way. Infantrie ready? Got it. Vehicle is operational. On the way. Irgendwann? Aber... Oder sind die schon hier? Ich... Wann halt sind, dass die auch schon durch sind. Ja, das wäre dann ärgerlich. Infantrie on the move. Moving. Hostile unit spotted. Target destroyed. Hurry up. Infantrie moving. Vier. Feuer. Borders. Vehicle is operational. Wir sind bereit, Sir. Vehicle is operational. Hurry up! Target in sight. Fire! Aim! Fire! Ready, sir. Fire! One more bites the dust. Orders. Destroyed. Affirmative. Come on! Fire! Vehicle drive is damaged. Okay, die sind hier beschäftigt. Ready, sir. Yes, sir. Infantry ready. Na, kommt schon. Aim! Fire! Yes, sir. Infantry ready? Oh, leck mich doch echt. We're ready, sir. Stell das Feuer ein, aber ich habe gegen den keine Chance. Yes, sir. Vehicle is operational. Yes, sir. Yes, sir. We're ready, sir. Come on! Ready, sir. Aim! Fire! Vehicle is operational. Hand lift! Come on! Enemy! Zeitgesicht, löscht sie aus! Moving. Infantry ready. On the way. Fire! Infantry moving. We're ready, sir. Ready to attack. Das darf doch nicht wahr sein. Vehicle is operational. Yes, sir. Any orders, sir? Ready, sir. Hurry up! Vehicle is operational. Come on! Awaiting orders. Machine gun, oiled and ready. Infantry on the move. Yes, sir. Infantry moving. Infantry moving. Infantry reporting for duty. Infantry on the move. Infantry moving. Fire at the target. Enemy. Fire! Fire! beep. Reporting for duty. Affirmative. Okay. Okay. Yes, sir. Enemy. Infantry moving. Geht doch da rein. Geht los. Awaiting orders. Infantry moving. Infantry on the move. Ready to attack. Enemy destroyed. Oh yeah. Hurry up. Yes. Affirmative. Anti tank moving. On the way. Affirmative. Anti tank moving. Hostile unit. Yes, sir. Yes, sir. Anti tank moving. Hurry up. Ready to attack. Moving. Come on. Any orders, sir? Moving. Ready to attack. Yes. Got it. ى. Oh, ho, ho, ho. Dlere, Panzer da. Ready, sir? Affirmative. Anti tank moving. Come on! Anti tank moving. Yes, sir! Ich glaube, seine Panzer-Offensive wird da ganz schön gestoppt, ha? Ach, der hat noch Zeit. Ach komm, mach mal so, ist okay. Was, ganze Panzer-Armeen sind hier gestrandet? So, wir gehen hier hin. Das Mietenfeld hat also vorgezogen. Aber was wir schon mal sehen ist, dass... Ich frage mich, was das soll. Geh doch da hin. Oh, ey, also wirklich, das muss doch echt nicht sein. So ein Schwachsinn, ja, dann müsst ihr halt so lang laufen. Also was, ein Käse hier wieder. Oh, ey, eine Frosse. Die Frage ist, wo jetzt hier was? Ja, Sir. Bordern? Moving. Infantrie, on the move. Was ist da? Doch gibt es mal Sprit? Es gibt ja die Munition. Du sollst dem verdammt noch mal Sprit geben. An Unfähigkeit nichts zu überbieten. Maschinen gun oiled and ready. Infantry ready? Infantry moving. Ready, sir. Enemy sighted. Orders. Yes, sir. Infantry moving. Attach. Machine gun moving. Machine gun moving. Okay. Yes? Hurry up. Destroy. Moving. 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 Got it. So. Dann wir haben es jetzt. Gut. Dann drehen wir das Ding jetzt mal. Ich reg' diese Mission jetzt einfach auf. Ähm. Aufstehen, komm. Infantry on the move. Moving. We're ready, sir. Wollen wir machen können. Aim. Fire. Yes. Ready for battle. So. Hurry up. Kommt sie. An Unfähigkeit moving. Get him. Machine gunner reporting for duty. Machine gun moving. Ready to attack. Werd mal bitte das Feuer ein hier. Infantry ready? Enemy sighted. Fire. I need a medic. Machine gun oiled and ready. Fire. Fire. Yes. Machine gun moving. Meine Frau, sie geht da mir hier gerade auf den Sack. So. Jetzt ist sie aber Ruhe. Ready to attack. Orders. Infantry moving. Yes. Yes. Coordinate, sir. Got it. What are the coordinates? Artillery ready. Ready to attack. Awaiting orders. Any orders, sir? Infantry ready? Hurry up. Deathlight. Deathlight. Fire. Infantry ready. On the way. Feindliche Einheiten. Hurry up. Fire. Okay. Immer noch hier. Komm, komm, komm. Und die Frage ist... Könnte ich... Da reinschießen. Wo müsst ihr da hin? Okay, er fährt da hinten dann hin. Das ist Ordnung. Oh, beendet die Diskussion. Komm, komm, wir hin mit dir. Was wir noch machen müssen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Und zwar, dass wir hier noch die Panzereinheiten hinschicken. Ja. Weil die brauche ich jetzt da hinten hin. So, und ihr kommt hier hin. Ich weiß jetzt nicht, was die hier schon gemacht haben. Aber das finden wir jetzt raus. Ja, Sir. Infanterie, auf den Weg. Orders? Feierabend. Hat denn der noch einen Spritz? Es reicht noch, wenn nach vorne zu fahren. Ready, Sir. Infanterie ready. On the way. Okay, ist erledigt. Da machen wir jetzt hier folgendes. Gun ready. Fire the gun. Any orders, Sir? Fire the gun. Einmal hier hat das Ganze geklappt. Gut. Das war ganz nett, aber irgendwann kann die Mission richtig an, auf den Senkel gehen. Mal gucken, ob jetzt hier alles erledigt ist, oder ob ich jetzt hier noch... Das kommt hier wunderbar. Einzig. Auf geht's. Auf geht's. Units Infantry moving Anti-tank moving Infantry on the move Ready sir Yes, sir Shoot them destroying the target Destroyed Sieg Das Schloss gehört uns Jungs Die Region ist gesichert Ja, ohne Luftunterstützung ist das nicht so ein Spaziergang Außerdem hab ich halt ein bisschen hinten danach der Weg von den Panzern Panzern Aber ehrlich gesagt ist es mir egal Damit wäre das hier durch Wir hören uns das nochmal, wir gucken uns das mal an Die Verluste sind hier höher, ne? Boah, es geht sogar noch Gut drei Panzer verloren auf die Dummheit, ja Montag, 26. März 1945 So seltsam es klingen mag, ich schreibe diesen Eintrag in einem Ritterssaal eines mittelalterlichen Schlosses Zugegeben, einige der Schlossmauern brennen immer noch und überall hängen Hakenkreuzfahnen Aber es ist immer noch ein Schloss Und heute fühle ich mich wie ein König Wir haben endlich den Rhein überquert Und die sprichwörtlichen Schleusentore zum deutschen Kernland geöffnet Während ich das schreibe Befinden sich unsere Jungs auf dem Weg nach Berlin Die ersten meiner Männer landeten in den frühen Morgenstunden des Freitags im düsteren Sumpfland östlich des Rheins Es war ein sehr koordinierter Einsatz Während die Fallschirmjäger Stellungen im feindlichen Territorium sicherten Mussten wir Brücken bauen und einen Brückenkopf errichten, um die schweren Waffen über den Fluss zu schaffen Ich glaube nicht, dass ich im Laufe dieses Krieges jemals einen so fein abgestimmten Angriff gesehen habe Jeder war voll bei der Sache und tat, was zu tun war Die Deutschen hatten keine Chance Montgomery hat die Operationen rund um unseren Angriff auf das Schloss sehr gut geplant Und seine Infanterietaktiken leisteten gute Dienste Er sollte die Kapitulation der Deutschen entgegennehmen Man kann erahnen, was sich seit dem Mittelalter in diesem Schloss so zugetragen hat Selbst als Ruine strotzt es nur so vor Geschichte Genauso wie das Land, das es umgibt Viele gute Soldaten sind gestorben, um dieses Land zu befreien Doch heute, in diesem mächtigen Rittersaal, fühle ich Dass wir für eine gerechte Sache und eine bessere Zukunft kämpfen Nicht nur für uns, auch für die Deutschen So Leute, damit wäre die Hauptkampagne komplett durch Wir haben alles geschafft Können es noch mal gucken Können wir uns das mal angucken Gucken nochmal vor, sind vielleicht irgendwas vergessen Aber nein, die Deutsche Kampagne komplett durch Und die Sowjetische Kampagne komplett durch Jawohl Wunderbar Okay Ja Dann würde ich sagen, starten wir als nächstes Dünnkirchen Genau Als nächstes kommt Dünnkirchen Wir fangen mit der Deutschen Kampagne an Das hatte ich ja schon mal Aber diesmal haben wir Zeit auf 3 Stern Jaja, da habe ich einiges von mir Jo, das wird auf jeden Fall einiges Okay Das war es aber von dieser Schlacht Dann sehen wir uns Ja, bei der nächsten wieder Dann geht es nach Dünnkirchen Von Dünnkirchen Aber das alles beim nächsten Mal Bis dann Und Ciao Oder eher gesagt Das war es das Projekt Und das neue Projekt Wird Dünnkirchen sein Weil das sind ja einzelne Projekte Genau Okay Aber das war es dann Bis dann Und Ciao